Willkommen zurück Leute zu einer weiteren Folge Ender The Gungeon. Sollte ich mich nochmal entschuldigen? Ja ich muss mich nochmal entschuldigen. Ich bin nicht mehr mit. Tut mir leid, dass ich diesen Run sabotiert habe. Aber ich habe schon gesehen, dass Benni eigentlich sowieso keine Lust mehr hatte auf diesen Run. Und deswegen dachte ich mir, ich spiele jetzt faules Fallobst die ganze Zeit. Siehst du mal wie es ist, wenn der zweite Spieler nur behindert. Aber Bugs müssen gefunden werden von Leuten wie uns. Ja besonders von Leuten wie uns. Das ist immer das Wichtigste. Jetzt weißt du auch wie die Fehler gefunden werden für die Sachen. Willst du nicht wirklich, oder? Na klar. Okay. Für die... Alter war das laut. Wie man so Speedruns und so hinkriegt, oder? Die Sachen für Speedruns, genau. Alles klar. So. Na, mit oder ohne Fluch? Quests gehen trotzdem, ne? Ich glaube ja. Aber, ne, lieber nicht. Das ist das Problem. Wir kriegen halt die Wachen und dann hast du das Fluchzehen. Also was? Ich bin so schön verflucht mit dem, äh, Roboter zu spielen. Mit der Rüstung, ja. Verflucht, gut. Du ja. Was hab ich? Oh, die... Sif-Kanone. Die ersten Ebenen werden ja doch recht angenehm werden. Wir sind trotzdem mal zu sehen, dass wir dann irgendwann mal die 100 zusammen bekommen. Die 100 was? Ach so. Ja. Das geht ja jetzt. Die nächsten Runs, wenn wir bis zu den Wachen kommen, kriegt man immer so 15 oder was? Ja. Ja. Dann ist das schon irgendwann schnell gemacht. Ja, nee. Das ist halt nochmal, nochmal so zur Erinnerung. Also, dass wir noch... Ah! Einmal was kaufen müssen. Ist ja nicht schön. Du kannst ja jedes Herz nehmen. Ja, eben. Ist gut an dem Waren. Wie gesagt, ich finde diese Laserkanone eigentlich ziemlich geil. Ah, die ist halt schwach, ne? Ja. Uh, yeah. Hast du mal kurz geblitzt? Ah, ich hab's sogar noch behalten. Du darfst noch einmal schießen mit dem Big Boy. Uh, ich hab' noch was. Wie lange ich brauch? Oh, hast du Elektro? Synergie? Die Waffen mit mir. Ja. Ja. Huah. Ich wär' aus beinahe in den... in das Wasser reingelaufen. Gut, das war ja in dem Fall grad nicht an. Zum Glück. Ist es da? Ne. Ne. Wird fast zerschießen eigentlich. Okay. Aber du weißt, Müll brauchen wir nicht mehr. Man weiß nicht, ob es angenommen wurde. Ja, das stimmt, aber... Wir haben eigentlich sauer beendet, also ich hoffe es. Fünf Schlüssel und 240. Ist auch noch offen. Also, können wir die ruhig zerschießen. Okay. Waffen kriegt man oder so? Yeah. Auf jeden Fall. Also, kann man überlegen. Ist so cool, ey. Die ist cool. Die ist cool. Die ist richtig cool. Wie gesagt, ich hatte mal diesen Amboss gehabt mit zielsuchenden Patronen. So. Dann bist du beim Drachen. Der Raum ist so groß, dass du einfach schießen kannst. Ja. Und ein Umlauf. Uh, Hexagewehr. Und anschließend drehen die Ambusse sich einfach im Drachen im Kreis und machen immer wieder Schaden. Na klar. Wenn die so langsam fliegen und halt noch ziel suchen sind. Okay. Gehen wir es mal weiter, oder? Ja. Ja. Oh, 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 oh. Du. Was? Das fand ich es gerade ich spürt, dass das noch ging. Was hab ich denn hier? Ich mach das. Ich lass mich das machen. Ja. Ja. Ich wusste es. Die Witze verkiller. Und jetzt? Ja. 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 Na warten, na warten, na warten. Uiuiui. Gut ausgewichen, gut ausgewichen. Oh yeah. Lass ihn einfach kommen, lass ihn einfach kommen. Ich würde schon sehen, was er davon hat. Na komm doch, komm doch, komm doch zu mir. Ja. Ja komm doch. Na los. Okay. Das sind meine An. Kann ich nicht. Nein Glück. Ein richtig guter Shop. Mensch. 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 Immer kurz nach unten. Na. 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 So. Bisschen Feuer. Ja, machen wir gleich. Bisschen Feuer, machen wir gleich. Oh shit. Ich hab geblankt, ne. Ich schau was nicht. Ich hab geblankt. Aber mit Absicht auch. Also los nicht. Ich weiß nicht. Was tue ich? Oh. Was tue ich? Ausgebrochen? Ja. Ich wollte in die Lücke reinrennen. Genau. Voll in seinen Schuss dann reingerannt. Ja. Das war irgendwie anstrengend. Keine Ahnung warum. Weil er wahrscheinlich mal keine. Uh. Das ist ziemlich geil. Blue Map ist. Ja. Wir sehen es immer. Die aktuelle Map. Da siehst du auch wo der Geheimraum ist. Aktualisiert sich regelmäßig. Okay. Also das wird denke ich vom. Ähm. Das ist der letzte Raum. Aber wir haben kein Blank. Na gut. Aber vielleicht finden wir ja noch irgendwo einen. Wir haben ja noch ein paar Räume. Was ist vom? Äh. Licht besiegen. Achso. Ja. Weil man ja von Anfang an schon immer mal gesagt hatte. Irgendwie ist das sinnlos. No. Immer eine Ebene zu haben mit der Kotte. Ja genau. Irgendwelche Verwolle. Die ganze Zeit. Du hast deine. Ne. Ist das die eine Kanone? Ne. Auch nicht. Hm. Na klar. Wer da noch irgendwo hat wo man Müll verkaufen kann. Ist das doch recht. Bild auch noch. Ja. Genau. Ja. Ja. So. Man kann halt überlegen im Blank zu kaufen. Ich glaube es gab welche. Das können wir uns doch mal anschauen. Puh. Diese Warte ist so übel. Vorstuhlraum. Ja. Aber hat mal kurz gedauert bei mir. Ehe es Klick gemacht hat. Gut. Dann lass mal einen Shop gucken. Vergiss nicht das immer noch hier den Typen mit. Hier schießen. Achja. Aber ich werde trotzdem erstmal kurz den Geheimraum aufsuchen. Aber schieß trotzdem erstmal an bitte. Ja. Mach ich auch. Das hat mich kurzzeitig verwirrt. Das war mein Ziel. Ja. Ist es. Das hat es gelohnt. Für drei. Ja. Der rum ist es. Also der rechts daneben. Also von unten nach oben. Ja. Ich hätte ja jetzt wenigstens gedacht, dass die unschlüssel ist. Ganz ehrlich. Hm. Sieht man das auf der Karte? Ne. 25. Kannst du das beschießen? Ja, wenn ich das so deaktiviert. Ne. Kannst du nicht. Ja. Kannst du nicht. Das ist so geil. Mit ihm zu spielen. Ja. Aber kommen wir drauf. Das wäre nett. Äh. Soll ich dabei immer noch einen cappuccino oder sowas machen? Alter war das bitte. Und einen Tee. Irgendwas ja. Ich sehe nichts. Er rennt einfach so durchs Bild. Na ja gut. Eigentlich hoffe ich ja darauf, dass es eine Waffe ist. Und somit ist es ganz so schlimm, wenn ich hier irgendwie nichts treffe. Ich treffe wirklich nichts. Beinahe cool. Uh. Das war. Rollauge. Ich glaube beim Rollen Schüsse zurückwerfen. Ja. Kann ganz gut sein. Kann gut sein. Kann gut sein. Muss aber nicht. Kann gut sein, ne? Aber immerhin passiv. Übelst anstrengend. Einfach mal viel zu hell. Ja. Ach was. Ja. Wir gehen mit Full HP raus. Obwohl wir schon ziemlich ausgetroffen wurden. Nein. Ich muss immer noch einreden. Ich muss immer einreden. Du bist der Beste. So. Blutprint. Um zum Job. 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 Vielleicht man da jetzt gezielt, dass man zum Geheimraum. Müll. Müllverkaufen. 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 Ist aber auch noch wirklich da, ne? 3. 3. 3… 3. 3. 3. Schade. Gut, das ist der Raum. Warum zumindest ist das mal drin. Naja. Wo ist die Netz? Oh, Polaris ist eigentlich cool. auf flüssel und so was gehen wenn wir die 240 vielleicht erreichen wollen ist natürlich cool oder neue sachen ja gut ich sag mal so man könnte halt überlegen den sauren apfel zu weiß und sowas wie die blumen zu verkaufen weißt du somit kriegst auf jeden fall geld da hat man auch den schützen und so weglassen können das ist eigentlich so ein gutes item weil es gerade die geheimräume klar ich wollte nur anmerken kombi war für uns beide ziemlich geil gerade ich hab schön wasser um die gegner gelegt und du hast angezündet achten auf dich lustig dass der eine schuss viel viel später los gerannt ist eigentlich weg mit ihr schiebung mach ich tötet tötung falsche richtung richtung alles mit um vernichtung mit schloss worauf geht man das ist die frage auch zu schießen aber jetzt waren alles auch nichts wir brauchen nicht hat jetzt gehört kinder ich bin nicht passiv aggressiv oder passiv aktiver passiv braucht aktiver was sie braucht braucht mehr braucht wer ich brauche überragend in der tat das sind die krater aus dem schießen alles das natürlich der hammer wenn damit fallen des integrieren könnte ist da machte keine sorgen ich habe mal drauf aber vielleicht wenn sie doch doch sorgen machen aber er hat es angezündet da kam er kann muss dann den schuss rein rein ja ich hänge die bilder auf egal wo sagt mir wo sagt das war das andere das war ja so hinterhaken oder sowas was dort zu kaufen gibt im shop oder ich muss gleich noch mal gucken kann sich einmal geräuschen raum ziehen und ich glaube das gegner ist dann ich dachte schon an den gegner anziehen und schaden kriegen natürlich auch da mal nur ganz gegenstände von entfernung außen kreppen so und ist diese also gebaften gegner mit einmal mit einem oder anbohren geil man muss dann müssen wir am besten sind das geld ganz nix sagen haben wir einen abgrund da hast du was cooles und sogar noch eins rumliegen von daher nimm dir mensch die ganze welt offen alle elektrische alle elektrik leute dank floh elektrik läufe genauer ja verflucht das ist der zweite fluch auf der ebene ja dann fehlen ja nur noch ich will für alle abgegeben und dürfen kanadwerfer music ist gut für den boss ja ich finde auch irgendwie sie haben coolen sound dafür gewählt so wie zu spät geblinkt oder ist Schau mal. Ice Machine. Oh knapp. Oh, es war nochmal knapp. Abgrund gerannt und so. Schade, das ist so groß, haben wir aufgegeben. Oh, und dann? Alta hat das viermal getroffen oder viermal sogar, kann sein, ja das ist ein full AP rein, das ist perfekt das macht natürlich ein bisschen sinnlos, aber ich glaube wir haben alles halbes Herz noch irgendwo, da, 2 Alperzen 2 H-Bahn 2 H-Bahn Uhhh Achtung ich habe aufgepasst mir nix gesagt du hast du Achtung zu dir selber gesagt eigentlich schon zu dir ich hab es mal wieder nicht gesehen ich kann wieder alles desintegrieren ich kann alles ein eisen eisende desintegration aussehnlich aber das war nicht cool das war nicht cool ne boah du willst du hinten auch vorlassen können ja, wie gesagt, es tut mir leid naja, du hast ja am Ende so viel Schaden bekommen von daher hätte es nicht geschafft ich war mir mal kurz davor zu sagen warte bevor du töst ich spring nochmal zweimal in Abgrund das war aber nicht gemacht ja lass mal oben in den komischen Raum äh schon so kurz vorm Tod war und du so lustig drauf gebaut hast ja schluss ist genau auf meinem Strahl gewandert deswegen hab ich ihn nicht gesehen alles klar natürlich auch dich dann Tom die Waffe mit dem schön ist, dass der Fluch jetzt weg ist ist der weg dadurch? wenn du die Waffen nicht mehr besitzt gehts hier aufs Ebenen wegschreien ach so, da ein Schreien für dich ja Vettelschreien 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 ne wir bleiben ja das ist natürlich auch top ich kann grad sagen da hast du doch die die auch ist top jaaah was denn ich sehe noch aus ne du hast doch ganze Zeit auf die Dinger geschossen ja ich wollte auch das wieder hinten schießen eigentlich keine Ahnung wer es ist noch ja guck mal auf sehr schön kann ich mich mal ein sterblich machen ok das heißt was denn ne das ist gut du wirst du doch ja Bruder noch weg Bruder noch weg in uns Bruder noch weg Bruder noch weg aber mal Stuhl und Bruder 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 noch nicht warum vor der K&A und das Kind gut danach aber freundschaft wollen wir nicht obwohl geht es ja nach rechts wahrscheinlich mitten doch lieber lieber aufmachen wegen gut am ende jetzt auch ein passiv sein können oder eine waffe ja wenn man kein schlüssel brauchen kann muss er aufmachen ist schon richtig überhaupt keinen einzigen schlüssel bekommen wollen wir finden und mir wechselt die waffe so auch klar aber traurig ist zufällige effekte für alle und dann ist gemein der hammer raum für raum die 240 haben wir fast ja wir sind jetzt noch drinnen ja also solche leute aus ihren wagen bekommt doch den hammer ja schon lange schon lange meint also ich war der erste der ausgefunden hat dass wenn jemand nur besitzt und man ihm mit einem hammer besorgt dass er dann einfach ausfällt 100 prozent wurde ja also bis jetzt kommt noch auf den hammer drum an ja du musst schon die richtige größe dafür nehmen mindestens und das schöne ist so ganz immer soll solche sprüche machen so wenn dich einer frage warum hast du das getan ich wollte noch mal einen vorschlag machen dass du mal aussteigst könnten wir ruhig mal so ich auch mal vorschlag machen könnten wir ruhig mal einen schlüssel geben warum hat das ding doch ach so kleine rote alles klar ja praktisch nice kombi auf jeden fall wieder die post kanone während ich habe wieder meine brick cannon immer mal überlegen setzt sich jetzt mein ring ein ist das knapp schaffe ich das noch am ende ist dann immer wahrscheinlich zu spät eigentlich schaffst du es kannst es schaffen oder wie auch immer du kannst es schaffen immer positiv denken hast du eingesetzt? ja ich weiß es ist genau vor mir ich weiß es ist nämlich nicht geschafft los meine kameraden helft mir da gibt es Feuer für alle das ist eigentlich recht gut muss ich sagen weil das halt wirklich das feuer nur am rand ist die ganze Ameise ja ist halt weit von dir weg ja da ich das halt eben weg schießt klar ist natürlich auch nicht schlecht bei dir bei dem Bienen kann ich nicht weg vor dem nicht reingerannt sorry kein Problem hab ich gar nicht gesehen ob da eine Synergie kam kommt auch noch die Waffe raus Kaktuskanone 1000 Stachel fattag Earlier find ich nur noch lustig Bisson abgrund gespaln das hast du in meiner letzten Folge hatte genau das sanßen die ganze zeit er hat zwar verdient da musst du nicht lang nö wir wollten sowieso jeden rauf machen machen wir uns noch den einen Weg. Ich habe einen Raum. Wir machen jeden Raum. Irgendwann werden wir den Schlüssel bekommen. Nein. Ich hoffe mal, wir wechseln unsere Laffe. Das wäre aber ein Raum. Komm, nach Felgen, also. Hopp. Ja, Eisbrescher. Sehr gut. Kumpelkanone. Kumpelkanone, so heißt es. Oh, ist es doch. Geh raus. Sorry. Das hätte fast nicht funktioniert. Wo ist er denn? Was? Was? Bin ich nicht gesprungen? Ich hab' geachtet wegen der Reaktion. Kannst du nicht sagen. Ich bin auch mal reingranden, damit ich nicht so schlimm fühle. Bin ich nicht nett. Ich weiß nicht mal, ob ich treffe. Ich glaube nicht. Na jetzt! Bist du, wo ist, ne? Guck einfach, wo die Enden fliegen. Na, so gut. Ich würde mich mal in die Horten bringen. Nicht immer, das kann ich. Super. Gleich frei? Das musste jetzt ja nochmal kommen. Das Schlimme ist, dass du die, wenn du drüber springst, irgendwie zurückschickst. Aber... Das ist mir vor uns auch passiert. Wo ich gedacht habe, hey, bin ich da jetzt nicht gesprungen. Aber jetzt bin ich halt genau reingesprungen, glaube ich. Das kann sein, ja. Blitter, blitter. Und noch eine Waffe. Und hier drüben ist ein komisches Ding. Ein komisches Ding. Ein komisches Ding. Wir haben noch nicht einbenutzt, oder? Nö. Also, ne. Das Spiel ist einfach nicht gut mit dir. 240. Reichen wir vielleicht? 4 Schlüsse zu kriegen. Was ist das hier? Das ist ja schon hier. Ja. Das ist wohl wirklich schwierig. Ich fühle mich gerade wie Rambo. Ja. Zweimal Muni. Zweimal Muni. Ist das der fucking ernst? Ein bisschen Rage-Mode, ja. Zweimal Muni. Zweimal Muni ist natürlich viel besser. Hat das Spiel recht. Also muss ich dem Spiel beipflichten. Ich feuer. Roll dich, roll dich. Ich bin verflucht. Roll dich, roll dich. Ich bin verflucht. Ich bin verflucht. Ich bin verflucht. Excalibar. Ist das ein Rundkurs? Das ist ein Rundkurs. In der Tat. Nein. Es geht einfach nur zum Boss. Das geht einfach nur runter. Aber da kann was oben den Spaß machen. Ja. Keine Ahnung wo, ne? Dank alle meine Mutter. Wer will getackert werden. Oh yeah. Was nicht? Ja. Wollen wir erstmal irgendwo hier... Ah nee, brauchen wir ja gar nicht. Das ist bitter. Ja. Ist der hier? Ah ne. Das ist ja ganz schön geil drauf. Ist ein normaler. Kannst du auch laufen? Was tust du? Gucken wir doch mal. Geheimraum ist da hinten. Alles klar. Wo willst du hin? Einfach laufen. Sie haben so viel zu weit gewesen. Ich fühle mich aber auch echt immer, als wenn ich alles vergesse, wenn das Ding hoch geht, ne? Alles safe. Alles safe. Alles safe. Alles safe. Ich will auch einen. Oh fuck. Ich hab's nicht noch raus. Ne. Außer aus wärst du halt eben durch eine geschlossene Tür gelaufen. Das war ja noch nicht da. In der Form halt. Ja. Ist natürlich top, dass der... Ich mach halt schön Spuren und du ähm... Elektrizifizierst du? Elektrizifizierst du? Ich bin wirklich auf die Tür gerannt. Ich bin wirklich auf die Tür gerannt. Hast du mich geträumt? Tschüss. 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 Oh. Danke. Ich hab dich auf die Worten lassen. Ja. Ich war immer nie ganz aufgeladen. Und weg. Ich weiß lustig. Fallenrauer. Ja. Perfekt. Was denn? Naja. So war das Schösser. Ne sind ja diese... Achso. Dann rennen wir rüber. Und go. Das go war absolut bindert. Das war jetzt nicht so der harte Fall. Das war einfach nur kurz mal abstimmt. Und go. Ja. Duft hat uns in Richtung. Tausend Schuss. Warte. Noch. 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 Ja. Schon mein. Verwandeln ihn. Geil. Ja. Das war's. Zumindest so jetzt aber auch. Ja. Das ist wichtig. Ja. Ja. Ich kann dich auch wiederholen oder? Im Grunde schon. Ja. Ist ja nicht wild. An sich. Was hab ich verloren? Das. Das. Das Auge. Ja. Wär nicht. Das. Oder? Ja. Du hast aus den Augen verloren. Nö. Ich hab dir mal den Wasser hingelegt. Ja. Schau mal das hin. Alter wieviel kommt denn hier? Jetzt hab ich meine perfekte Waffe gefunden. Uh ja. Huh. Okay. 95. Hin und. Wir stehen auf. Stand up. Ich dachte für Rambo. Ich dachte für Rambo. Machst du ja noch Rambo. Ich bin immer Rambo. Ich bin immer Rambo. Ich bin immer Rambo. das ist gut. Das wird alle gehen. Die Moni. Ja. Wenn man als Rambo dann nicht mitlebt. Wenn's wenn das Schuss abfängt. Schusser. 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 Schusser abfahren. Ah. Schusser. immer mit schloss sein müssen die schweine was hat wenn du davon schloss schweine ja ich bin gerade ein bisschen so bisschen down ja ich merke so ein bisschen schuld auch so linksseitig gut gerecht hat mir gefallen steht da oben ein Easy breezy und dann wieder sterben es war alles da alles hat schon und jetzt halber was du hast den padronenbogen dann sicher ganz schlecht ist doch damit den die vor kann ich wollen Der Türsteher war zu stark. Nicht jeder kommt rein. Ich hab's abgehalten. Ich hab gehört, wir machen das mit dem Sterben. Was denn? Na ja, wie langsam er sich bewegt hat. Ich wollte noch nicht so früh sterben. Alter, wieviel schießt ihr davon? Ich weiß, drei. Noch irgendwelche Fragen? Wenn diese Waffen nicht haben willst, kannst du auch... Wegwerfen oder was? Ne, meine einsam in die rumliegt. Da würde ich auch ne Waffe bekommst, die komplett scheiße ist. Das ist ja eigentlich ganz gut. Ja, ich wollte die einsetzen. Ich hab mich genau in dem Moment zu ihm reingerollt. Okay. Muss schnell wie mal sehen. Alter, das war gar nicht möglich. Hm, was ist? Ich hab's aufgehalten. Woah. Was kommt noch? Sehr gut. Ist er zur Quecke gegangen? Ja. Einfach das sichere Obersuchen. Das war irgendwie knapp. Holz ist total. Mein schlanken Körper. Wie er den mitgenommen hat. Ja. Also wir haben weder Geld noch Münzen geschafft übrigens. Das ist einfach nur übelst bitter, was der Schlüssel gesagt hat. Aber du hast gerade auch gesagt, wir haben weder Geld noch Münzen geschafft. Hast du recht. Siehste, ich habe nicht gelogen. Scheiße ey. Einfach mal, wenn du mir überlegst. Keinen einzigen Schlüssel bekommen. Bestimmt. Zehn Kisten zerschossen. Aus einer kam eine Waffe. So schön. Ja. Aber trotzdem fünfte Ebene. Weil wir so gut sind. Weil wir so schön sind, so blau sind, so rein. Alter. Alles gut mit einem Mal. Anscheinendlich. Jetzt. Fliege. Ich fliege. Ich fülle. 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 Bist du bereit, den anderen zu töten? Ja. Ich habe einen getäuscht. Sehr gut. Ich habe ihn getäuscht. Ich finde ich, die Flamme. Jetzt habe ich den. Und jetzt integriere ich mal. Ah, ich habe die Blumen jetzt verloren. langsame schieße herum war fast drauf und dran zu versuchen den tod zu desintegrieren mach du das war von champions getroffen so muss das ich wurde nicht getroffen und diese waffe bitte mal wechseln schießen vor 10.000 mal aber das nachladen ist umso schlimmer ich habe auch eine waffe das nervige licht nervige licht warte machst du auch mal hin diesen raum müssen wir machen habe ich gehört müssen wir bei uns zur kiste das sterben wir definitiv was wir oben links erstmal durch wenn ich eternal bin kann ich ja nicht durch rennen warum ging das vor uns weiß ich nicht wahnsinnig lustig meine augen ich dachte schon meine eier aber ok er lebt noch ist einfach er ist einfach irgendwo hin wir haben uns halt ihn getroffen wo er wieder anfängt er hat ihn aufgehört sondern du wirst ihn halt irgendwo treffen immer auf der überholspur oder was ich muss meinen Ring vollkriegen oh pass stark auf Geld oder was ich hab eigentlich mit so viel Geld Job 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 Das ist ein Fluchtmechanismus aus dir uiuiuiui ja dann schieße ich halt erstmal hier alles kaputt ah so geloffen ist doch gut ich wollte das Ding mit dem Hammer reparieren das nicht funktioniert sonst kann man doch alles mit dem Hammer reparieren ja ich hab auch bei meiner Beziehung versucht das hat nicht funktioniert Wolltest du den Hammer zeigen was ein richtiger Hammer ist alter ah war so ein Vieh ich hab mich getroffen in der Mitte ich war ein Wunder America ich bin von Torsammer immer noch nicht so überzeugt krass Ben ich hab mich an also du deinen Panzer zurückgesetzt achja ich hab mich so auch eine Minute für den Raum oder jemand macht vor Pause das schaff man schon ja ich bin auch gern wie eine Kamera um das zu zeigen weil man oh und es fehlt irgendwie einfach des Bildschirms weil da so eine Einblendung kommt der Fernseher schaltet sich jetzt aus naja ein Viertel war betrieben das war schon eine Viertel wo ist denn hier noch einer da war es immer noch nicht doch Gott oh Gott das war überragend das war schlimm und diese Waffe ist das letzte das war's ammer sag ich doch oder wir setzen die falsch ein ich weiß es nicht der Richter da ich weiß es ja noch ich weiß es ja noch da brauch mal ein kleiner Aufloch wenn du das meinst ja das hat noch Schnellfrust gehabt sieht man das auf irgendeiner Aufnahme weiß ich nicht das sei die Frage ich gucke doch nicht unsere Aufnahme man ich weiß die ultimative Waffe mal wieder die ultimative Waffe ich dachte man drachen sterben dafür ja so ein überragendes Gewehr die ist auch nachladen aus den Augen aus dem Sinn klar von einer Flammenwaffe zu anderen Flammenwaffe so gehört sich das und bei mir immer noch die hessische Hammo wir haben ein Problem die andere Kiste werden wir nie sehen Hammo da ein Schild ich möchte gerne vor Freude im Kreis kotzen das schaffst du nicht legst es drauf an Challenge accepted wie läuft es so? und ok wie läuft es bei dir so? wir müssen jetzt mal die andere Kiste holen bitte da müssen wir nicht wenn ich Jode bin wenn du Jode bist wer ist denn Jode? wer ist denn wieder Jode? du neugestest mich mit Jode mach ne Waffe Flammenwaffe im Mode ich mach genau ne ne das ist ja schon das habe ich schon wieder gesagt ne kommst du halt vor mich kommst du halt vor mich äh Schlüssel das bringt jetzt viel wo ich zur Kiste muss kommt hier was cooles rüstung nein ha 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 traurig achso geh mal zu ihr ich bin der Meinung nicht du bekommst keine Patrone ne bekomm ich auch nicht wurde schon mal getestet naja weil du das letzte Mal nicht mehr sicher warst aber mit ihm noch durchspielen müssen wir auch nicht ne die anderen bekommen doch Patronen ja aber du warst ja auch nicht sicher ob wir mit ihm schon mal durchgespielt haben bis zum Licht nicht denke ich das ist ja wie cheaten Alter wär der Raum lang gewesen warum mein Leben war doch so kurz das ist ja ein glück das die russer gekauft wo kam der schluss her ja aber ich mach's nicht auch ungeschoss sei sehr gut da bist du ja egal ist mir doch egal und noch ein schreien das war doch mal was auch an den Schock das hätte sie nie gegeben auch ne Waffe 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 ich meine jetzt wenn du schon drauf gehst dann mit einem riesigen Knall oder was ja ne Waa ne Waa ist schon lustig finde ich überhaupt nicht ne Waa was wir dem Müll das ging sowohl so soll ich mit dem ja naja den Ring den kann ich erst noch mal behalten ja obwohl ich am Ende sowieso sterben will von da Ela schon dir geben oder am ende aber erst jahren gewerft ich denke ich habe eine bessere tag seht ein lücken gewünscht aber kennt noch nicht so. Dann lass es tauschen. Richtig. Klassiker. Er brennt. Ich bin tot. Dein Ding ist voll. Dein Ring. Bei großer Panik. Ja ein Glück habe ich Müll. Geile Waffe. Was machst du? Gucken was er da macht. Das hat abgehört. Du bist so gut. Ich habe mich an diesem Ring noch nicht gewöhnt. Richtig an dem ich irgendwie mitten im Raum blanke. Ne es war schwer. Ich war durch. Es war echt schwer. Ich habe gegessen Apfel. Lecker. Dein eigenen Lahn. Ich sollte aufhören mit Aufnahmen. Tötet von deinen eigenen Lahn. Reflexen. Das ist ja was Neues oder? Ne steht immer da. Leute es tut mir leid. Es tut mir gar nicht leid. Aber mir tut es leid. Aber jetzt gibt es Essen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.